Ja Leute, falls ihr es gesehen habt, herzlich willkommen zu unserem zweiten Empire Total War Video und diesmal auch eine richtige Sehstacht. Das letzte war ja ein Fail Video, wie ihr gesehen habt. Und jedenfalls, ja, diesmal wollen wir es richtig machen. Ja, wir legen jetzt auch gleich los, um sich das alles noch in Länge zu ziehen. Ja, das war auch Fail, das Video, also sowas von. Ja, hauten wir erstmal eine Breitseite rein, ich haue ihm eine Breitseite zurück rein. Und dann war der echte Mannschaft rot und dann hat sich das schon gar nicht mehr genut, überhaupt anzufangen, weil die Schiffe waren schon dauernd. Okay. So regelt es nicht mehr. Ja, stimmt. Ah, nee, Regen waren wir ausgemacht, das ist noch so ein Grund, warum wir hier. Jedenfalls, ohne Regen macht mir das auch mehr Spaß. Ist das auch noch neblich hier? Ich weiß es nicht. So, von mir aus, können wir. Ich mach's dem hier gegenüber wieder, ne? Ja, alles klar, ich nehm den da. Wie hatten wir das gemacht? Wir hatten immer mit den Schrappnellen, ne? Ich quatsch mit den Quartätschen, ne? Erst Kettenkugeln, die Segel zerstört, dass wir nicht mehr schwimmen können und dann haben wir was. Und dann haben wir den gegeben, ey. Und dann haben wir den vorhin, umhert schon. Ihr Leute, guckt euch diese epische Grafik an. Man kann wirklich anzunehmen und auf dem Schiff dabei sein. Es ist einfach episch. Schuckt deinen Leuten zu, wie sie rumlaufen. Oh, 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 oh. Ich hab's nix zu tun haben. Äh, hast du die Breitseite drin? Ne, ne? Oh man, ich fahr nicht falsch durch, oh man, ich kug. So, warte. Wir demonstrieren mal die Schusskraft einer Breitseite. Aus der nächsten Nähe am besten. Ich schwimme gegen den Weg. Ich schwimme gegen den Weg. Oh! Und dann klatscht das da hinten irgendwas rein. Einfach nur, weil die Kugel hier umsetzt ist. Einfach nur, weil wir es können. So. So, ich hab ein Problem. Der Wind kommt auf den Westen. Er fährt voll gegen den Wind. Ja. Ja, los. Ey, setz dich hinten dran, Mann. Ich glaub, die wollen dich jetzt gerade... Warte, ich halt, Mann. Ich fahr mal ein bisschen langsamer an, dann kannst du dich hinten dran setzen. Jetzt gib einmal mal voll Stoff hier. Juhu, jetzt geht's los. Also, soll ich dich eben nicht losgehen? Waaah, da kommt irgendwas angeflogen. Ja, wunderbar. Ja, haben die Arschkinder mir voll in die Seite. Schau euch das mal an. Wir haben zwei Kanonen verloren und... Oh, vier Männer. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir es vorbei haben. Das geht gar nicht. So, Fabi, hau du eben auch erstmal in die Serie. Ja, der kommt jetzt gleich mal. Ey, ich schleiche hier, guck mal. Oh, ich guck mal, ich guck mal wieder. Ich guck mal, ich guck mal wieder. Ich guck mal wieder. Oh, Mann. Sack. Schade, kein Mast. Kein Mast umgefallen. Das wäre jetzt... Doch, da kippt ein Mast. Doch, da, Bussche. Jawohl. Okay, um den brauchen wir uns schon mal keine Sorgen mehr machen. Der ist schon mal total langsam. Er ist von der... Er liegt vielleicht auch dran, dass er gegen die Windschutz. So, warte mal. Dann geben wir mal hier wieder ein bisschen Gas. Warte, warte, warte. Ich kann gleich wieder mit dir. Ich kann gleich wieder schießen. Ja, warte. Ich... Ich kreise ihn hier erstmal, würde ich sagen. Das wäre vielleicht ein Tor. Wird sie schießen wir nicht an? Warte, wir brauchen wir schon mal die Rechnung mehr machen. Hast du irgendwas? Ich bin keine Kugel. Oh, doch. Dieses Schweinchen. Ehrlich, ne? Ich hau den Fuß. Ich hau ihn schon mal auf den Rumpf. Oh, na, na. Oh, er kippt, er kippt, er kippt. Oh, schön episch da reinballern. Oh, oh, oh. Oh, fail. Fail. Latsch ab mit Wasser. So, okay. Ich würde sagen, du folgst mir jetzt erstmal. Ey, 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 ey. Dreh mal nach links ab, dreh mal nach links ab, dreh mal nach links ab. Du musst dich hinter mich setzen. Du bist sonst voll in der Schussbahn drin. Von dem, oder von denen. Ja, dann warten wir uns. Ich muss ein bisschen Gas geben. Naja, hau mal rein. Nein, das ist doch der Fallschilion. Okay, zack. Aua. Hilfe. Ja, jetzt geht ihm. Ja. Ey, schön auf die Seite. Da kippt ein Mast weg. Ist das cool. Ja, wie dem hättest du jetzt erstmal die anderen drei. Ja, das ist der Fallschilion. Äh, oh. Das ist doch noch ganz nahe. Das ist doch noch ganz halt. So, jetzt kriegt er aber gleich eins aus. Boom. So, warte, wir kreisen dich nochmal wieder. Ne, 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 ne. Ne, die haben gleich keinen Bock mehr. Wie, die ersten? Ja, ja. Ja, 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 ja. Die ersten sind Vereinigte Provinzen. Die haben halt keinen Skill, ne. So, wenn jetzt noch der andere noch. Jetzt gibt es noch der andere noch. Okay, wieder los. Klatsch. Warte, komm, komm, wir fahren jetzt mal voll mit. Wir fahren jetzt mal voll rein. Ah! Jawohl, schieß mir. Guck, ich kriege nur eine Kugel. Jawohl, schön rein. Danke. Ich danke. Wunderbar. Wunderbar. So, abdrehen, abdrehen. Oh, von denen. Die haben noch einen, die armen Kerle. Für den brauchen wir keine Axt haben. Die haben schon Kanonen verloren. Ey, sag mal, die wollen mich hier, die wollen mir endlich den Rumpf hier wegordnen. Schau mal auffallen? Oh, ich drehe mal, ich drehe mal, ich drehe mal, ich drehe mal. Die kloppt mir da gar zu viel auf den rechten Rumpf. Das können wir nicht. Ich habe gleich den da drüben. Ja, ja. Ja, ja. Fahr mal rechts an mir vorbei. Warte, ich mache nicht. Ich komme, ich glaube, mit deinen beiden Freunden hier. Ach so. Dann machen wir hier weiter. Oh, ey, ja, gleich auf den neuen Rumpf. Ey, ihr seid doch Schweine, ey. Sch, diese Bac... Das ist nicht nett. Pass auf, ey. Jetzt, wir geben uns Ärger. Feuer. Lass die Franzosen erst mal die Segel wegballern. Die Franzosen, alles klar. Warte, ich fahr mal an dir vorbei, wenn es geht. Ja, bitte nicht in mich reinschießen. Das kriegen die hin, du weißt das. Jetzt, äh, bitte blockiert mal die Kanonen. Äh, welchen oben bist du? Das ist der oben. Alles klar. Ja, das ist kapiert. Die kriegen die bei mir voll rein, sonst. Also lass es lieber. Gib mal Stoff. Ich fahr ganz langsam, sondern die bei mir, dass ich jetzt nicht ganz oft treffe. Ja, ich will aber auch mal schießen. Ja, jetzt. Ich hab schon fast nur die Schoss wieder. Ne, nur kapiert, ne? Wie sieht das mit der Freizeit aus? Yo, ich hab noch einmal, die haben im Kopf nur einmal getroffen, ne? Gleich alles kaputt. Ich hab schon mehr Knot verloren als der andere. Ja, los, noch ein Stückchen. X2 Geh, scree, 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 scree. Achso, du bist ja noch mitten in meiner Schussbahn. Ah, gib Gas, ey! Ja, ich geb' ja schon Stoff, die Wand. Alles klar, jetzt. Ja, los, 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 los. Verlaufen. Jetzt kriegen sie eine Breite. Warte. Äh, die liegen. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch. Wir haben sehr richtig vor. Ach, nee, ich hab' ja wohl. Wunderbar, dreh mich. jetzt einfach nur noch drauf um klopfen mehr brauchen wir nicht machen ja ich bin ja noch die säge verschießen können die sich vor allem können die jetzt nicht mehr viel machen ups, das waren die falschen Kuchen reise parken wir hier die haben sie jetzt erledigt aber entlang würde ich ausbrechen da ist feueralarm teilnehmer gefallet leicht brennt mitgenommen besorgt in brand weil gut dass der wehsam zu merken begeistert ermutigt angespornt durch das schiff aber wie geht es mit meiner freizeit hier was war das jetzt ich räche mich mal eben an dem scheiß egal schöne rumschauen so macht er in französagen auch meist geschützt Banker werfen, ey, man schüttelt sich und dreht sich und dreht sich, ich denk mal, hä, wie geht denn da? Oh, schöner Querschlag, ich schlucht. Warte, ich drehe mich mal ein Stück. Wir hauen jetzt erstmal den Typen nach rechts. Von dir aus, wo man sieht. Du meinst jetzt die, du meinst zwei, ich ne Provenziplin. Ah, der ist doch schön. Uuuuh, jawohl, da haben wir schön reingetroffen. Ah, das hat wir getan. Was, bei ihm oder bei mir? Bei dir, äh, andersrum, der eben, dass du, dass du, die Brette von dir abgesessen. Ja, das sieht auch schick aus, ne? Da haben die ihr Feuer gelöscht, äh, das geht aber gar nicht. Das passiert, das, was schonmal passiert ist. Zack, einfach niedergep... Wir haben uns einfach niedergeschlagen, ey. Ah, 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 guck mal, oh, schade. Äh, brennt. Oh, guck mal, der Franzose, der bewegt sich auch mal wieder. So, und jetzt... Oh, der... Los, komm, wir jagen den Franzosen jetzt. Wir hauen den jetzt erstmal weg, dass der, äh... Danach können wir einen Blond zum Sehnen da. Achso, ja, das können wir natürlich auch machen. Ich will, ich weiß bloß jetzt nicht, wo der Franzose erhört. Ne, wenn der Franzose dann auch aufgibt, dann können wir den nicht mehr versenken, den Typ da. Ey, der Franzose macht sich aber dann auf den Weg. Ich weiß nicht, wo den ist. Warte, wir schießen den jetzt... Da hat ja voll viele Leute noch. Warte, wir verschießen, wir schießen die... Ey, Alter, du verarschst, ich hab' dir geschossen. Was soll ich's? Ah, wir schießen die Vereinigten Provinzen jetzt erstmal auf die Bundeswehr. Hier, guck dir den, guck dir den Franzosen an, Mann. Was geht denn mit dem? Ich weiß nicht, wo wir dahin, was macht der da? Ich glaube, der will zu mir. Hallo? Das ist voll weg. Auch so, das macht der. Achso, der willst du dir, oder was? Äh, ha. Gerne, gerne, gerne. Kein Problem. Meine Breitseite ist geladen. Ah, ich dreh mich auch noch schön mit, das hat er doch voll draufballern kann. Ja, herrlich. Herrlich. Wo ist das? Mann, bin ich nett. So, sozial. Schick mal so'n kleinen Eider, Schuss rüber. Piu. Oh, der hat getroffen. Der war ries. So, hier, zack. So, ich bin gleich da. Ich bin gleich fertig gedreht hier. Ey, gibt Gas, Mann. Er hat die Segel reinget. Was soll das? Pass auf, der entert mich gleich. Ah, da verliert er. Das wollte ich nicht machen. Nee, ich glaub, die Bots entern nie. Komm, dreh dich doch einfach. Ist das denn so schwer? So, pass auf. Hat sich das aufgegeben? Ja. Ergeben, oh nee, ey. Die haben sich ergeben, die Affen. Fuhuhuhu. Äh, stopp, stopp. Anhalte den, Anhalte den, Anhalte. Ja, wunderbar. So, könnt ihr stehenbleiben? Guck mal, die schießen sogar rüber. Oh, verdammt. Müssen aufpassen, wir erwischen uns gegenseitig. Äh. Da steht so ein bisschen scheiße. Ja, dann schießt mich mit der Breitseite. Nee, mach ich auch nicht. Ey, der will sich drehen, die Sau. Der wollte, ey, wenn der sich jetzt schön zu uns dreht, dann können wir dem immer die Breitseite reinschlagen. Ey. Hui. Ey, nee. Die haben sich ergeben, die Affen schießen auf mich. Na ja, hause weg. Hause weg. Boah, das tut so herrlich weh. Hahaha, das sieht ja geil aus. Alter, wie episch. Wie episch, man. Genial. Warte, ich lasse mal rechts wieder voll. Aufschalten, nur noch viel Platz. Da, was hat sie ein bisschen erwischt. Ja, ja, mich jetzt zu wischen. Egal, geht noch. Na nee, ich drehe mich noch nicht mit. Ich drehe mich noch nicht mit. Aber warte mal, ich mach mal direkt. Hey, lass mal, lass mal fahren. Lass mal fahren, lass mal fahren. Ich drehe mich jetzt so rum. Pass auf, dann kriegst du ja mal die andere Seite rein. Mache, ich mach jetzt mal kurz den. Ich mein, du machst mal kurz da weiter, ne? Das ist, äh... Oh, oh, komm, schau. Voll quer reingeschossen. Das ist immer am besten. Ich glaube, man macht beide Beipleiten voll. Ich mach mal kurz den hier. Leichter. Ey, was fällt denn ein? Die haben sich ergeben, sie schießen auf mich. Hau uns ab, oder was ist hier los? Nee, freundlich, so nicht. So nicht. Warte, ich hau dem jetzt erstens die Segne. Pass bloß auf, was auf die Richtigkeit schießt. So, und zack. Schön. Haha. Oh nee, ey, der hat keinen Bock mehr. Warte kurz. Lass dich schon versenken, sonst ist das langweilig. Ja gut, dann mach du deinen mal. Ich fahr so lange hinter dem her. Ich fahr so lange hinter dem her. Nee, du machst ihm Angst. Du machst ihm sonst so Angst. Ja, aber sonst fliegen wir so am Ende nicht mehr ein. Das wär ja auch schlecht. Fähig gut, wär's auch schlecht. Warte, ich werd den jetzt erstens gleich... Und Bob! Hast du versenkt? Nee, aber ich hab auch noch. Ich werd gleich erstmal so schön episch an dem vorbeifahren, verstehst du? Hä, und dann warf... Oh, der hat aber nicht mehr viele Kanonen der, der, die Vereinigten Provinzen ist. Ja, ich hab dir doch gerade richtig irgendein geordnet. Nee, das hat richtig gesessen. Nein! Oh toll, weil du den hinterherkamen bist. Ja, ich glaub's auch. Oh. Ja, Leute, okay. Also, das war's. Es werden wahrscheinlich noch öfter so epische Seeschlachten folgen. Vielleicht auch mal mit ganz großen Schiffen gegen ganz viele ganz kleine. Das hatten wir auch schon. Ja, das ist das nächste. Das wollte ich gerade machen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.